die handbremse gelöst oder solche drin lassen ich weiß nicht ob die was bringt das ist das fahren den kran nach oben drüber liegen können den das versuchen einzigartig ist ja leider nicht mehr weil er keine gelenke mehr hat keine keine steuerbahn das ist nicht doof durch den trotzdem mal bergen ja ich lassen die hier stehen oder so jetzt bin ich angewünscht